Nachdenkseiten Die kritische Website Serbien nach den Wahlen Die Macht von Präsident Vucic ist nicht gefährdet Ein Artikel von Bernd Duschner Auf ihre schwere Niederlage bei den serbischen Parlaments- und Kommunalwahlen am 17. Dezember 2023 reagiert das pro-westliche Bündnis Serbien gegen Gewalt seit Tagen mit Protestkundgebungen und Demonstrationen, die sich auf ihre Hochburg Belgrad konzentrieren Es liege massiver Wahlbetrug vor und die Wahlen müssten deshalb annulliert werden Die tätlichen Angriffe auf Mitglieder der staatlichen Wahlkommission und der Versuch von Hooligans am 24. Dezember mit Hacken, Steinen und Fackeln ausgerüstet, gewaltsam in das Rathaus von Belgrad einzudringen konnte den Eindruck erwecken, Belgrad stehe vor einer sogenannten Farbenrevolution Diesem Eindruck ist Präsident Vucic noch am Abend des gleichen Tages entschieden entgegengetreten In einer kurzen Übertragung aus seinem Amtssitz, nicht weit vom Belgrader Rathaus entfernt wo sich 2500 Demonstranten versammelt hatten, erklärte er Bürger Serbiens, macht euch keine Sorgen, auch wenn es dramatische Szenen sind Wir lieben unser Land und unsere Stadt Wir sind es nicht gewohnt, dass uns jemand Fenster einschlägt und Gebäude zerstört Es ist keine Revolution im Gange, nichts derartiges wird ihnen gelingen Wir werden die Freiheit Serbiens bewahren, weil sie der höchste Wert ist Wir werden die Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Souveränität unseres Landes bewahren Wir werden unser Serbien verteidigen Ich bitte sie nur, den Frieden zu bewahren, ruhig zu bleiben Das Land ist sicher Vorwürfe des Wahlbetruges können nicht überzeugen Bei den Wahlen am 17. Dezember 2023 hat die Partei des serbischen Präsidenten SNP mit 47% der Stimmen einen überzeugenden Sieg errungen Für das pro-westliche Bündnis Serbien gegen Gewalt bedeutet ihr Ergebnis von 23% eine schwere Niederlage Besonders enttäuschend für das pro-westliche Bündnis ist ihre Niederlage bei den Kommunalwahlen in Belgrad Dort erreichte sie zwar beachtliche 34%, die Partei von Vucic jedoch 39% und die mitregierenden Sozialisten 6% Die Bewegung Stimme des Volkes um den populären Arzt Nestorovic, die in Belgrad das Zünglein an der Waage spielen kann hat stets deutlich gemacht, dass Serbien gegen Gewalt für sie ein verlängerte Arm des Westens und kein Gesprächspartner ist Wir stehen in Opposition zur Regierung, sie in Opposition zu Serbien, so Nestorovic Die Niederlage des pro-westlichen Bündnisses bei den Parlamentswahlen ist keine Überraschung Bei Umfragen vor den Wahlen hatte sie ein nahezu identisches Ergebnis erreicht Nach den Wahlen sprechen ihre Führer jetzt von Wahlbetrug und behaupten, ihnen sei ihr Sieg gestohlen worden Ihre Vorwürfe können jedoch nicht überzeugen Über 400 internationale Beobachter, darunter 80 Abgeordnete der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Europarat und Europäisches Parlament haben die Wahlen überwacht In ihrem ersten Bericht muss die internationale Beobachtermission von Vertretern der OSZE, Europarat und EU-Parlament einräumen dass die Wahlen technisch gut organisiert waren Der rechtliche Rahmen eine angemessene Grundlage für die Durchführung demokratischer Wahlen geboten hat Meinungs- und Versammlungsfreiheit während des Wahlkampfes generell respektiert und den Wählern bei den Wahlen echte politische Alternativen zur Entscheidung angeboten wurden Dazu hat die Staatliche Wahlkommission im Internet für jeden einsehbar die Daten über die Wählerregistrierung aufgegliedert nach Gemeinde und Wahllokal veröffentlicht um Interessierten und Beteiligten die Möglichkeit zur weiteren Prüfung zu geben In sämtlichen Wahllokalen waren Vertreter aller teilnehmenden Listen als Wahlhelfer Ihre jeweils gemeinsam unterschriebenen Protokolle sind ebenfalls für jedermann auf der Internetseite der Nationalen Wahlkommission einsehbar Bei den 1177 Protokollen für Belgrad finden sich bei nur 37 von ihnen kritische Anmerkungen von denen allerdings keine einzige den Vorwurf des Wahlbetruges beinhaltet Der Vorwurf der Wahlfälschung wird im Übrigen nur von dem pro-westlichen Bündnis Serbien gegen Gewalt und keiner der anderen Parteien bzw. Listen erhoben Wie sieht es mit den Medien aus? Ohne Zweifel sympathisieren das staatliche Fernsehen und Serbiens führende Tageszeitung Politiker mit der Regierung Allerdings verfügt die pro-westliche Opposition mit den Fernsehsendern N1, Nova S und Zeitschriften wie der Tageszeitung Danas des Militärs Ragan Solak von United Group über Medien mit sehr großer Reichweite, die die Regierung ständig scharf attackieren und die pro-westliche Opposition entschieden unterstützen Ohne Zweifel hat Präsident Vucic eine wichtige Rolle in diesem Wahlkampf gespielt und einen hohen Anteil am Sieg seiner Partei Diese war mit dem Slogan Aleksander Vucic, Serbien darf nicht stehen bleiben angetreten Aber ist das ein ernsthafter Grund, die Gültigkeit der serbischen Wahlen in Zweifel zu ziehen? Die Vertreter sämtlicher Nachbarstaaten, mit Ausnahme Kroatiens, aber auch der russische Präsident Putin und, besonders bemerkenswert, der französische Präsident Macron, haben Vucic bereits zum Wahlsieg seiner Partei gratuliert Anders bezeichnenderweise die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock In der Stellungnahme ihres Ministeriums auf dem Social-Media-Kanal X heißt es belehrend Serbien hat gewählt Aber das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, kurz OSZE-ODIHR, berichtet von Missbrauch öffentlicher Mittel der Einschüchterung von Wählern und Fällen von Stimmenkauf Das ist für ein Land mit EU-Kandidatenstatus inakzeptabel Warum Serbien gegen Gewalt vom Westen unterstützt wird und nur mit seiner Hilfe an die Macht kommen kann Seit dem Krieg in der Ukraine haben Washington, Brüssel und Berlin ihren Druck auf Serbien enorm gesteigert seine politische Neutralität und die guten Beziehungen zur russischen Föderation und zu China aufzugeben In dem Bündnis Serbien gegen Gewalt sehen sie dafür einen wichtigen Hebel Ein Blick in das Programm der Partei der Freiheit und des Rechts mit ihren Spitzenpolitikern Dragan Gilas und Marin Nika Tepic, eine der Hauptkräfte des Bündnisses, stellt klar, warum In ihrem Programm verspricht diese Partei ihren Wählern die Mitgliedschaft Serbiens in der EU bis 2030 Erreicht werden soll die Mitgliedschaft insbesondere durch eine Anpassung an die Außen- und Sicherheitspolitik der EU einschließlich der gemeinsamen außenpolitischen Position gegenüber Russland Die Partei kritisiert wie Brüssel und Berlin die Investitionen Chinas in Industrie und Ausbau der Infrastruktur Serbiens Dadurch sei das Land zur ersten Kolonie Chinas in Europa geworden Sie propagiert die Werte unserer Grünen, siehe Europa Pride 2022 in Belgrad und deren Darstellung der jüngsten Geschichte auf dem Balkan Stichwort Serben haben in Srebrenica einen Genozid verursacht Mit diesen Positionen hat die provestliche Opposition bei der großen Mehrheit der Bevölkerung keine Chancen Die serbische Bevölkerung weiß sehr wohl, dass sie nur mithilfe Russlands ihre nationale Integrität, siehe Kosovo, verteidigen kann Und ein Verzicht auf die russischen Energielieferungen ihrer Wirtschaft schwer schaden würde Sie kennt die große Bedeutung der chinesischen Investitionen für die Modernisierung ihrer Infrastruktur und Industrie Sie sieht das offenkundige Scheitern der EU-Sanktionen gegen Russland Die provestliche Opposition weiß, dass sie einen Sturz des serbischen Präsidenten Vucic und seiner Regierung nur mithilfe ausländischer Mächte, mithilfe von USA und EU erreichen kann Dabei setzt sie insbesondere auf die aktuelle deutsche Regierung Am 30. November 2023 hatten führende Vertreter des Bündnisses Serbien gegen Gewalt Im Bundestag an einem Fachgespräch der Bundestagsfraktion der Grünen mit dem Titel Serbien vor den Wahlen zwischen Autokratie und demokratischem Aufbruch teilgenommen Diskutiert wurde die Frage, wie können Deutschland und die EU die demokratischen Kräfte unterstützen und die Glaubwürdigkeit des EU-Beitrittsprozesses wiederherstellen Die Deutsche Welle organisierte in Belgrad in der 2. Novemberhälfte ein Seminar für 150 Teilnehmer wie sie eigene Inhalte und Botschaften effektiv in den sozialen Medien verbreiten können Bei den bisherigen Farbrevolutionen haben sich solche sogenannten Journalisten als wichtige Hilfe bei der Mobilisierung von Protesten und der Organisation von Demonstrationen erwiesen Die westlichen Botschaften, die Rockefeller Stiftung und der amerikanische National Endowment for Democracy finanzieren zudem eine Reihe von NGOs, die bereits vor den Wahlen massiv Werbung für die Opposition betrieben haben und heute mit Nachrichten über angebliche Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen zu Protesten und Kundgebungen gegen die Regierung mobilisieren Inzwischen haben die Führer von Serbien gegen Gewalt einen offenen Brief an die Institutionen der EU geschickt und erklärt, die Wahlergebnisse nicht anzuerkennen, solange nicht eine umfassende internationale Untersuchung zu den Wahlunregelmäßigkeiten unter der Schirmherrschaft von OSZE, Europarat und Europäischer Kommission erfolgt ist Die Europäische Union solle unverzüglich ihre Politik der Beschwichtigung gegenüber der Regierung Serbiens beenden und die ihr zur Verfügung stehenden Mittel gegen die Mitglieder der regierenden Partei, die in den sogenannten Wahlbetrug involviert sind, einzusetzen Auf diese Weise solle sie den Bürgern Serbiens bei der Wiederherstellung von Rechtsstaat und Demokratie helfen Destabilisierung zumindest vorerst gescheitert Die Proteste, die Serbien gegen Gewalt mit Unterstützung von NGOs und der Medien von Dragan Scharlak organisiert hat, sind im Land isoliert geblieben Der pro-westlichen Opposition ist es nicht gelungen, Bürger in nennenswertem Umfang zu mobilisieren Präsident Vucic weiß sehr wohl, wie sogenannte Farbrevolutionen gemacht werden Bereits 1998 bis 2000 war er, damals für die rechte radikale Partei, Informationsminister unter Slobodan Milosevic und konnte entsprechende Erfahrungen sammeln Die serbische Regierung war informiert, dass die pro-westliche Opposition nach den Wahlen angebliche Wahlfälschungen zum Vorwand für Ausschreitungen und Hilferufe an ihre westlichen Sponsoren nehmen würde Sie hat sehr sorgfältig darauf geachtet, keine Angriffsflächen zu bieten Inzwischen räumen auch Medien wie die Neue Züricher Zeitung ein, dass die Niederlage der pro-westlichen Opposition nicht auf sogenannte Trickserei des Regimes zurückzuführen sind, sondern auf deren eigene Schwächen Zitat Zitat Ende Falls der Westen nicht anders entscheidet, sind die Wahlen abgeschlossen So der Belgrader Soziologie-Professor Onyen Radonjic für die Leser der Oppositionellen Zeitung Danas Die Glückwünsche von Frankreichs Präsident Macron an Vucic und die Verurteilung der gewaltsamen Ausschreitungen nach den Wahlen durch den US-Botschafter Christopher Hill haben deutlich gemacht, dass der Sieg der serbischen Fortschrittspartei vom Westen zumindestens vorläufig akzeptiert werden muss Die Einmischung in die Wahlen durch ein ganz bestimmtes Land, die Medien sprechen von Deutschland, will Serbiens Präsident jedoch nicht auf sich beruhen lassen Bereits am 22. Dezember hatte er angekündigt, dass seine Regierung einen wichtigen Brief über die sehr brutale Form einer Einflussnahme und Einmischung eines wichtigen Landes in die serbischen Wahlen zusammenstellt Wörtlich erklärte das Staatsoberhaupt Er wird bis zum neuen Jahr fertig sein und wir werden ihn der ganzen Welt schicken, damit sie sieht, wie sich solche Formen der Einmischung in Prozesse, die in die Zuständigkeit eines unabhängigen Landes fallen, vollzieht, Zitatende Die serbische Regierung hat zugleich deutlich gemacht, dass sie nicht beabsichtigt, ihre Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation aufzugeben Ministerpräsidentin Anna Barnabic hatte sich für die Informationen der russischen Nachrichtendienste bedankt, die geholfen hätten, einen sogenannten Maidan in Belgrad bereits im Ansatz zu verhindern Präsident Vucic hat sich am 25. Dezember 2023 mit dem russischen Botschafter zu einem Informationsaustausch getroffen, bei dem es auch um die weitere Zusammenarbeit ging Wir aber sollten froh sein, wenn ein weiterer Brandherd am Balkan verhindert wurde Wir sollten froh sein über ein neutrales Serbien, das als Brücke zwischen Ost und West für eine neue, dringend gebotene Entspannungspolitik dienen kann Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte